Wer nach Ellwang kommt, sollte auch unbedingt nach Adelmannsfelden fahren, denn hier gibt es sie noch, die kleine Dorfbäckerei, geführt von Theresia und sie macht es verdammt gut. Verdammt gut ist auch ihr Kaffee und ihre Quarkstrudel in ihrer Bäckerei. Eine tolle kleine Bäckerei, wie in den 50er Jahren. So mag ich es und man trifft auch Prominenz. Auch der Bürgermeister schwört auf die Freundlichkeit von Theresia und jeden Morgen holt er seine Brötchen ab. Und so erfährt man auch in der Bäckerei, was es im Gemeinderat oder in Adelmannsfelden Neues gibt.